Sie sehen aus wie Jauch, Barbara Schöneberger ungeschminkt und mit XXL-Extra kaum wieder zu erkennen. Barbara Schöneberger sorgt mit einem Selfie für viel Verwirrung. Ihre Fans erkennen die Moderatorin kaum wieder und denken stattdessen an Günther Jauch. Hamburg, Barbara Schöneberger, 50, gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen TV. Vor der Kamera ist die Moderatorin natürlich stets bestens zurechtgemacht. Und in schicke Klamotten eingekleidet. Doch Eitelkeit kann man dem verstehen Sie Spaß? Star keineswegs vorwerfen. Gerade im Netz zeigt sich Barbara Schöneberger oft von einer weniger eleganten Seite, auch mal ungeschminkt hinter den Kulissen. Doch mit einem Bild hat sie ihre Follower jetzt ziemlich irritiert. Selfie mit XXL-Brille und Schal Fans erkennen ungeschminkte Barbara Schöneberger kaum. In ihrem Podcast betonte Barbara Schöneberger, dass sie mit 50 immer mehr gegen den Verfall arbeiten muss. Doch das bedeutet nicht, dass die TV-Bekanntheit stets mit viel Schminke oder Fotofiltern nachhilft. Ganz im Gegenteil, auf Instagram teilte Barbara Schöneberger ein Selfie, das sie komplett natürlich zeigt. Allerdings trägt sie eine XXL-Brille, eine Mütze, Kopfhörer Und hat einen bunten Schal um ihren Hals gelegt. Das führt dazu, dass sie auf den ersten Blick kaum zu erkennen ist, zumindest finden das ihre Follower Nicht erkannt. Krass, schreibt ein Fan unter dem Beitrag. Fast nicht erkannt, gibt auch ein zweiter Follower zu verstehen. Einige mussten einfach zweimal hinschauen auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Heißt es von einem weiteren User. Offenbar weiß auch Barbara Schöneberger selbst, dass sie auf dem Foto etwas anders aussieht als sonst. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Schreibt sie und kündigt dazu eine neue Folge von Verstehen Sie Spaß? an. Ob sie damit meint, dass sie durch die Vorbereitungen für die Sendung etwas müde und ausgelaugt ist? Die 50-Jährige lässt es offen. Verwechslungsgefahr? Fans erkennen Günther Jauch auf Barbara Schönebergers Foto. Die meisten Fans sind von der Aufnahme und der ungeschminkten Barbara Schöneberger aber ganz begeistert und machen ihr Komplimente für die Brille und ihren bunten Schal. Doch der ein oder andere glaubt, gar nicht die Moderatorin auf dem Foto zu erkennen, sondern einen ihrer berühmten Kollegen. Sie sehen ein bisschen aus wie Jauch, spricht ein Follower unverblümt an. Ob das etwa an der Brille liegt? Der User erklärt seine Verwechslung mit Günther Jauch, 67, nicht weiter.